Top 3 Penny Stocks für den April 2021. In diesem Video zeige ich dir drei Aktien mit sehr geringem Aktienkurs. Im Gegensatz zu den Vormonaten habe ich also diesmal etwas weniger Unternehmen mitgebracht. Dafür werden wir diese ein kleines bisschen genauer beleuchten. Ich habe diesmal ein europäisches Unternehmen mitgebracht, das mit seiner führenden Technologie im Photovoltaikmarkt angreifen will. Ich habe einen grünen Rohstoffförderer mitgebracht und ein interessantes Fintech-Unternehmen. Sollte nach diesem Video dein Hunger auf Penny Stocks noch nicht gestillt sein, dann bleibe einfach bis zum Ende dieses Videos dran, denn am Schluss gibt es noch eine Verlinkung zur Penny Stocks Playlist, wo du sämtliche Penny Stock Videos dieser Videoreihe dir anschauen kannst. Die Wertpapier-Kennnummern gibt es wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und am Ende des Videos, nachdem ich die Titel für den April vorgestellt habe, werde ich übrigens die Performance der Penny Stocks aus den vergangenen Monaten zeigen. Diese Performance-Tabelle werde ich so lange fortführen und immer am Ende des Videos einblenden und aktualisieren, solange es diese Videoserie gibt. Und nach einiger Zeit kann man dann ablesen, ob man mit Penny Stocks tatsächlich, wie es eben viele hoffen, ein Vermögen machen kann oder diese dann eher doch nichts für einen sind. Und hierzu dann auch gleich ein ganz wichtiger Hinweis. Penny Stocks sind per nordamerikanischer Definition Aktien, die einen Kurswert bis 5 US-Dollar haben. Bei modernen Brokern, die keine oder sehr geringe Gebühren verlangen, kann man in diese Aktien daher bereits schon mit einem kleinen Taschengeld investieren. Dennoch ist wichtig zu verstehen, dass diese Penny Stocks oftmals deutlich risikoreicher sind als Investitionen in andere Unternehmen. Es besteht auch ein erhöhtes Risiko eines Totalverlustes. Zudem sagt der Kurswert gar nichts darüber aus, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Ganz wichtig für diese Beurteilung ist immer die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die dann daraus resultierende Marktkapitalisierung. Wenn du mehr hierzu erfahren möchtest, dann schau dir auch unbedingt das Video an, was ich dir jetzt oben rechts einblende. Aufgrund des sehr spekulativen Charakters von den meisten Penny Stocks ist grundsätzlich auch festzuhalten, dass ein vernünftiges und stabiles Depot maximal nur einen sehr, sehr kleinen Anteil in Penny Stocks besitzt. Zudem ist dieses Video eben auch keine Anlageempfehlung, sondern soll dir nur als Information und Unterhaltung dienen. Fangen wir jetzt aber direkt an mit unserer ersten Aktie für den Monat April. Mayaburger Mayaburger ist bei uns in der Community recht beliebt und es verzeiht Mayaburger hier einen näheren Blick zu widmen. Mayaburger ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und ist das Unternehmen aktuell in einem Umbruch und in einer Explosionsphase. Bis zum Juni 2020 beschenkte sich Mayaburger darauf, auch Produktionsmaschinen für die großen Solarmodulhersteller der Welt zu bauen und zu liefern. Hierzu hat man mit der Heterojunction Smartwire-Technologie einen hauseigenen und patentierten Prozess, der laut einem Gutachten von dem Fraunhofer-Institut Mayaburger einen Technologievorsprung von drei Jahren bescheinigt. Wie viele andere Unternehmen in Europa hätte sich Mayaburger nun einfach auf ihr angestammtes Geschäftsfeld verlassen können und wäre damit wie andere Unternehmen in diesem Bereich vor sich hingedümpelt. Stattdessen zeigen die Schweizer aber, dass auch in ihnen der Geist vom Silicon Valley steckt. Im letzten Sommer hat man sich entschieden, das Unternehmen komplett umzukrempeln und nicht länger die Maschinen für andere zu liefern, sondern diese Maschinen für sich selbst zu nutzen und massiv die Wertschöpfungskette zu erweitern und selbst Hersteller von Zellen und Modulen zu werden. Diese Fabriken werden in den nächsten Monaten in Deutschland betriebsbereit sein. Genauer gesagt befindet sich die Zellenfabrik in Bitterfeld-Wolfen auf dem ehemaligen Gelände der deutschen SolarWorld AG. Die Modulfabrik in Freiberg-Sachsen soll ebenso wie die Zellfabrik in wenigen Monaten die Produktion hochfahren. Mit dem selbstgesteckten Ziel, die Photovoltaik weltweit in ein neues Zeitalter zu bringen, steckt man sich selbst hohe Ziele, ist aber auch dabei, wirklich aktiv diese Expansion weiter zu betreiben. Erst vor kurzem hat man die weitere Expansion auch in den US-Markt angekündigt und dort erste Vertriebsstellen aufgemacht. Das Unternehmen ist wirklich interessant. Ich schätze es sehr und muss es der Führungsriege wirklich hoch anrechnen, dass sich auch in Old Europe ein kleines Unternehmen traut, aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen und auch zusätzliche Risiken auf sich zu nehmen, um seine Technologieführerschaft auch in eine Expansion umzumünzen. Mayer Burger trifft hier in jedem Fall den Nerv der Zeit und expandiert im genau richtigen Moment. Der ganze Solar- bzw. Photovoltaik-Markt steht vor einem großen Wachstumssprung, der einige Jahre anhalten sollte. Wer jetzt seine führenden Technologien in eine starke Skalierung umwandeln kann, der kann durchaus profitieren. Vor allem, weil Mayer Burger mit seiner Technologie sich im Premium-Segment beankern will. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass Mayer Burger eben trotzdem noch ein Penny-Stock mit erhöhtem Risiko ist. Wir haben aktuell einen Kurs von 36 Cent und dadurch eine Marktkapitalisierung von 880 Millionen Euro. Wer die Aktie jetzt kaufen möchte, muss dazu noch wissen, dass diese aktuell nicht bei Trade Republic gehandelt werden kann. Eine Alternative könnte hier zum Beispiel der Smart Broker sein. Einen Link zum Smart Broker findet ihr unter diesem Video als Affiliate-Link. Bei einer Registrierung über diesen Link unterstützt ihr auch meinen Kanal. Die nächste Aktie ist dann aber definitiv bei Trade Republic handelbar. ECOGRAPH ECOGRAPH ist ein Unternehmen aus Australien, das sich auf den Bereich der Rohstoffgewinnung fokussiert. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendeinen Rohstoff, sondern um Grafit. Grafit ist ein enorm wichtiger Rohstoff für aktuelle Lithium-Ionen-Batterien und ist hauptsächlich in der Anode präsent. Zudem möchte ECOGRAPH der erste Premium-Batterie-Grafit-Hersteller außerhalb Chinas werden. Aber man will nicht nur von seiner regionalen Lieferketten-Diversifikation profitieren, der aufgrund der anhaltenden politischen Spannungen zunehmen dürfte. Zusätzlich hat man sich auch komplett einer grünen Fördertechnik verschrieben, was man auch im Logo abbildet. Neben einem möglichst umweltfreundlichen Abbau und der Verarbeitung von Grafit möchte man zudem aktiv beim Recyceln der Batterien mitmischen. ECOGRAPH besteht daher auch faktisch aus diesen drei Bereichen. Einer Grafit-Förderung in Tansania, einer Batterie-Grafit-Verarbeitungsanlage in Australien und zukünftig Recycling-Partnerschaften bzw. einer eigenen Recycling-Anlage. Das Konzept passt also definitiv in die aktuellen und zukünftigen Markttrends. Grafit dürfte nach einer unternehmenseigenen Beschreibung der wichtigste Rohstoff im Batterie-Segment bis zum Jahr 2050 werden. Vor allem den europäischen Markt hat man als einen sehr interessanten Standort ausgesucht, da hier 24 Gigafactories angekündigt wurden, die in den nächsten Jahren die Batterie-Produktion hochfahren sollen. Zudem hat man mit ThyssenKrupp einen sehr interessanten deutschen Partner an Land gezogen und hat auch Unterstützung von der australischen Regierung. Die Aktie von ECOGRAPH kostet aktuell etwa 40 Cent und das Unternehmen weist eine Marktkapitalisierung von knapp 180 Millionen Euro auf. Das nächste Unternehmen ist ein Technologieunternehmen, das sich auf den Finanzmarkt fokussiert. Faktisch handelt es sich also um ein Fintech-Unternehmen. Die XTM Incorporation ist ein in Kanada gelistetes Unternehmen. Sein Hauptmarkt liegt in Nordamerika, also Kanada und den USA. Das liegt auch einer Besonderheit im nordamerikanischen Markt. Genauer gesagt in der Besonderheit des Tippings in Nordamerika. Und Tipping ist hier ein Begriff für Trinkgeldzahlungen. In Nordamerika ist es mehr als üblich, Trinkgeld bei Essenslieferungen und in Bars, Cafés und anderen Orten zu zahlen. Und auch die Menge übersteigt die typische Trinkgeldzahlung in Deutschland deutlich. Trinkgeld ist also ein enorm wichtiger und großer Markt in der nordamerikanischen Wirtschaft. XTM möchte hier mit einer ganz besonderen Dienstleistung das Leben für Unternehmen und für die Angestellten erleichtern. In diesem Zuge hat XTM eine Lizenzvereinbarung mit Visa und Mastercard geschlossen und gibt in diesem Rahmen Kunden eine Kreditkarte aus. Das Prinzip funktioniert dann so wie in diesem Video. Bei Zahlungen und mittlerweile erfolgen die Zahlungen nun eben auch dank Square und anderen in kleinen Geschäften in Nordamerika nicht mehr bar, sondern elektronisch. Und während dieser elektronischen Zahlungen haben die Kunden dann die Möglichkeit direkt auch ein Trinkgeld zu hinterlassen. Hier im Video beispielsweise 20%, was in den USA eben deutlich häufiger vorkommt als in Europa oder speziell Deutschland. Der Filialmanager kann dann in seiner App, die es ebenfalls von XTM gibt, direkt die Zahlung an die Kreditkarten der Angestellten durchführen. Und diese erhalten dann ihr Trinkgeld sofort. Und das wirklich Praktische ist, dass die Angestellten dann diese Karte wiederum direkt verwenden können für Einkäufe und Sonstiges. Funktioniert also wie eine klassische Kreditkarte oder in Deutschland eher wie so eine Debitkarte mit Guthaben. Wirklich praktisch ist das eben, weil man dann als Angestellter keine Bank braucht, was für viele eher zahlungsschwache Angestellte in diesem Bereich auch eine Unterversorgung mit digitalem Geld und Kreditkarten sicherstellt. XTM sagt von sich selbst, dass sie ebenfalls ein disruptives Unternehmen sind, weil sie den Cash im Trinkgeldsystem überflüssig machen. Und nicht nur das, sondern auch gleich den ganzen Prozess einfacher machen, sodass die kleinen Unternehmen eben direkt diese Zahlungen in einer App bzw. Plattform tätigen können. Zudem möchte man hier diese Erfahrung eben noch besser machen und in Zukunft den Auszahlungsprozess beim Trinkgeld idealerweise komplett automatisieren und somit zusätzlich eine weitere Wertschöpfung erzeugen. Und dadurch auch einen Mehrwert für die Unternehmen. Man hat hier aber nicht nur eine Idee wie so viele Penny Stocks, man hat diese Produkte schon auf dem Markt und hat sich einige Kunden bereits gesichert. Davon einige auch weltweit bekannte Marken wie Dominos Pizza oder Pizza Hut. Dominos Pizza zum Beispiel ist selbst ein börsengelistetes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 14,5 Milliarden US-Dollar. XTM selbst hat eine Marktkapitalisierung von 42 Millionen Euro bei einem aktuellen Kurs von 31 Cent. Moment. XTM ist natürlich noch nicht profitabel und hat natürlich wie andere Penny Stocks ein erhöhtes Risiko. Am Ende kann die Story aufgehen und man wird zum Beispiel von Square aufgekauft oder bleibt vielleicht sogar unabhängig. Genauso gut kann natürlich irgendetwas im Prozess schief gehen und der Kurs stürzt auf Null. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie die Penny Stocks aus den Vormonaten abgeschnitten haben mit heutigem Kurswert. Hätte man zum Video Zeitpunkt gekauft und in jeden der vorgestellten Penny Stocks 100 Euro investiert, dann hätte man heute einen Verlust von knapp 100 Euro und somit einer negativen Performance von 10% im Depot stehen. Besonders unsere Penny Stocks in der allerersten Folge im Januar sind deutlich negativ, was auch an einem sehr schlechten Timing lag. In vivo hat beispielsweise fast die Hälfte seines Wertes verloren. Auf der anderen Seite ist ein anderer Penny Stock aus dem Februar um 50% gestiegen. Wie diese Penny Stocks hier dann in einem weiteren Monat performen und wie dann die heute vorgestellten Penny Stocks abschneiden, sehen wir dann in der nächsten Folge dieser Videoreihe. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere noch unbedingt meinen Kanal und aktiviere auf jeden Fall das Glöckchen. So verpasst du dann auch in Zukunft nicht die nächste Folge für dieses Format. Und wenn du noch mehr Penny Stocks sehen willst, dann klicke jetzt auf dieses Video. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.